Wie geht's? Siehst gut aus. Ich werde nur sagen, dass ich viel mehr practice verabschiedet habe. Out der Backen der Barsen, der Barsen, der Wunderschöne. Man braucht die Details. Anyway, als die Deutschen weggegangen sind, ich meine Skillse zu arbeiten. Between mir und der Britische Front waren die Deutschen Trenches und die Germanen Gäste. Oh, und die Böse der Berliner von Berlin. All sportlich für ein Kampf. Mein Glückwunsch. Die Brits muss man sichern für Tee und Krumpets, stattdessen zu schiehen die Germans. Still, ich musste durch unsere Seite der Linie bevor die Schäden wieder aufstehen. Was ist das? 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 Was ist das?